Wir dürfen zu diesem ersten Friedensgebet zwischen uns Christen und unseren muslimischen Freunden. Assalamu alaikum. Ich habe es gelernt. Anfang Januar 2018 konnte ich mit dem Islamischen Kulturzentrum Mikri in Thun eine sehr gute Verbindung aufnehmen. Und die Gespräche haben gezeigt, zusammen mit meinem guten Freund, Imam Asir, dass die Icke ebenfalls eher interessiert war an unserem Vorhaben, dass wir als Pfarrei der katholischen Kirche ein gemeinsames Friedensgebet vorbereiten. In der Zwischenzeit konnten der Imam und ich wertvolle Verbindungen mit dem Schweizerischen Zentrum für Islamische Gesellschaft an der Universität Tribor knüpfen. Diese Gesellschaft hat uns wahrgenommen und wir wurden bereits schon eingeladen von dieser Gesellschaft, um Wortmeldungen zu halten. Die recht intensive Zeit des interreligiösen Dialogs haben Asir und mich immer mehr bestärkt, dass ein Zeichen für das Zusammenleben in Würde und gegenseitiger Achtsamkeit zwischen Christen und Moslems gegen aussen gesetzt werden muss. Wir haben gemeinsam die Grundlagen für diesen heutigen Anlass bearbeitet und festgelegt. Wir, Imam Asiri, Patrick Kerne und ich, sind uns einig, dass wir in Zukunft einer intensiven Aufklärungs- und gegenseitigen Informationszeit entgegengehen, über die uns über unsere grossen Gemeinsamkeiten orientieren und das Wissen vermittelt werden kann. Die Unterschiede innerhalb der beiden monotheistischen Religionen, Christen und Islam, im freien Dialog fortführen. Denn die Unterschiede, die sind so klein, dass wir mit denen zu Lande kommen. Unser Ziel des heutigen Anlasses ist, wir beten füreinander und nicht miteinander. Denn der gegenseitige Respekt, die Toleranz und die Freiheit des Glaubens hat absoluten Vorrang. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Gläubiger, sehr geehrte Brüder und Geschwister im Islam, Assalamu alaikum und sehr geehrte Gläubiger von unserer Gemeinde, von St. Maria Kirche. Wir begrüssen euch herzlich zu diesem Treffen. Das ist eine Leistung und auch ein Resultat von unserem Imam Asir, gemeinsam mit Hans Weber und der Patrick Kerne. Unser Verein Ikra ist seit 19 Jahren in der Duhm tätig, Region. Wir haben über 260 Hauptmitglieder und wir haben auch noch über 400 Gönner-Mitglieder. Das heisst, im Gesamt zwischen 600 bis 700 Familien betreuen wir in Duhm und Region. Der Imam Asiri ist seit Januar 2018 bei uns tätig. Er bemüht sich, dass in unserem Verein der Islam so gelernt wird, wie er auch selber erworben hat, in seinen zwei Unis, wo er absolviert hat. Und sein Wissen, seine Zusammenarbeit mit Mitgliedern, mit Gemeinden und auch mit unseren Kollegen Hans Weber und Patrick Ernie. Es ist so intensiv. Wir sehen, dass auch unsere Kinder gerecht und sehr gut betreut werden bei unserem Verein. Wir haben über 100 Kinder, die Koranschule auch besuchen, neben die Hauptschule, wo sie auch besuchen. Sie treffen bei uns regelmässig. Es sind von verschiedenen Nationen. Unser Glaube ist auch Multikulti. Und wir wollen hier auch mal zeigen, dass wir bereit sind. Und der Imam Asir hat auch, neben der ganzen Arbeit, die er leistet, er hat auch seinen Deutschkurs besucht, wo er jetzt am Ende ist. Und er hat ein sehr gutes Resultat gezeigt. Und wir freuen uns, dass er uns weiter vermittelt wird in Zukunft. Danke Ihnen. Ich begrüsse unseren Imam von Thun, Asir Asiri. Wir haben eine große Freundschaft miteinander. Wir stehen uns ausgezeichnet. Und er wird jetzt das Gebet mit seinen Gläubigen durchführen. Und er wird jetzt das Gebet mit seinen Gläubigen durchführen. Wir werden jetzt den Azan-Gebetsruf anrufen. Danach werden wir zwei freiwillige Gebetsseinheiten in der Gemeinschaft beten. Mit dem Imam als Verbeter. Nach dem Geben werden wir mit dem Programm vorfahren, so wie es bereits mitgeteilt wurde. Möge Gott Allah dieses Gebet annehmen. Und er wird jetzt als Verbeter. In-Sahe. Das ist das Gebet annehmen. In-Sahe. 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 Allahu akber, allahu akber, allahu akber. Allahu akber, allahu akber. Allahu akber, allahu akber. Allahu akber, allahu akber. Untertitelung des ZDF, 2020 Allahu akbar, Allahu akbar, la ilahe illallah 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 Amen. 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 Allahu Akbar. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.